Willkommen Willkommen zu einem neuen Video vom Fuxi und wir spielen heute Call of Duty Advanced Warfare auf der Xbox One. Genau und wir fangen direkt mal an mit einem schönen frei für alle. Wir fangen direkt mal an mit einem schönen frei für alle. Ah, Drecksack. Wir fangen direkt mal an mit einem schönen frei für alle. Wir fangen direkt mal an mit einem schönen frei für alle. Wir fangen direkt mal an mit einem schönen frei für alle. Die Schnarcher. Naja, überall haben wir Schnarcher hier meine Freunde. Hast du noch einen Schnarcher? Noch einen Schnarcher. Wo ist der nächste Schnarcher? Ah! 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 Scheint er zu spät. Hier war einer, der wollte auf mich schießen. Wo ist so oder sau? Ach kacke. Ja ja. So eine Ratte da, der mich von hinten leute mich, der mich hart neben mir. Und hier da. Macht ihr da ein Tänzchen? Leute. Ein Tänzchen. Für euch. Geht mir an, Alter. Da liegt einfach da mit einem Dingspuls, ja. Denkt da, ich sehe nicht, oder? Ah, ich hab ein Fuchs, ja. Ach, scheiße. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, mit der Dings, ey? Ist das ein Typ, ey? Das ist der Typ, ey. Hey, du Spacken. Schwinde, ey. Ach, ich glaub's ja wohl. Lauf jetzt aber nicht mehr lang, du. Ach, du hast doch gelitten. Nee, da geht es nicht lang. Boah, Alter. Ich mache Zeit zum Umdrehen hier. Ey, 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 ey. Und dabei habe ich ihn schon ins Gesicht getroffen, ja. Schnell, hier hat der Stahlface gehabt. Kann ja auch sein. Ja, manche Leute haben ja Platten im Face oder so. Ey, Schnucki. Ich so wild. Mag ich hier nicht so sehr offen. Ich stehe nicht auch offen. Was? Alles gut. Meine Freundin. Ey, ey. Und ich habe mich über einen Freund. Ich habe dich gesehen, Alter. Guck mal her, lass. Komm. Oh. Ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Ey, 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 ey. Das finde ich voll kacke. Und der trifft mich natürlich. Na logisch. Hat da ungesnipert hat er mich voll gedingst. Äh. Ist da selber, oder? Ist schlecht. Na, ich habe eine Pistole. Bambambambambambambambambambamb. Hahaha. Das ist ja sehen, oder? Warte mal. Oh, der zerschnapsfischlicht. Tschüss. na doppelkühl fort ich renne hier mal aus und eine runde rum ist auch ganz nett weißt du wie dieser blöde Bagger hängt da kann ich ja gar nicht ab der kack Bagger kack den Bagger na wo seid ihr und er schießt das ganze Magazin leer und er trifft nicht meine Damen und Herren so ein schlechter Schütze meine Hunde Hütte hier ich glaub die stinkt wohl na wo seid ihr na wo seid ihr los zwei Punkte noch hat der erste schon mal gewonnen hier ach du Typ weiter weiß ich ach den wollte ich so gerne haben ach den wollte ich auch gerne haben ach den wollte ich auch gerne haben verdammt der Mist so ein Punkt noch hat er gewonnen ach Mist ich war der letzte Schott mod und bin noch nicht mal unter den besten rein also Leute so macht man es nicht ich ich hab mir zwar Mühe gegeben aber trotzdem bin ich zu schlecht hat leider nur zum fünften Platz gereicht na das ist so ein Dreck aber auch also guck sch guck 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 guck